Mit 18 Ja-Stimmen und 11 Nein-Stimmen zum Landesgesetz zum Nachtragshaushalt und 7 Nein-Stimmen zu den Bestimmungen zum Nachtragshaushalt hat der Südtiroler Landtag in der zweiten Plenarsitzung im Juli den Nachtragshaushalt 2021 genehmigt, zusammen mit den zwei Gesetzentwürfen zur Rechnungslegung und konsolidierten Rechnungslegung 2020 und dem Wirtschafts- und Finanzdokument 2022-2024. Landeshauptmann Arno Kompatscher erläuterte, dass die Einnahmen sich auf 6,13 Milliarden beliefen, 3,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Die laufenden Ausgaben beliefen sich auf 4,49 Milliarden, die Investitionen auf rund eine Milliarde. Der Kassenstand von etwa einer Milliarde sei ausreichend, so der Landeshauptmann für kurzfristig notwendige Ausgaben. 381 Millionen beträgt der verfügbare Überschuss. Der Staat müsste zusätzlich die geschätzten Mindereinnahmen mit dem Niveau der Vorkrisenjahre ersetzen. Er hat dann auf die Tatsache Bezug genommen, dass der Staat die 528 Millionen Euro, die im Frühling in den Landeshaushalt geschrieben wurden, angefochten hat. Die Regierung habe bis jetzt etwa 60 Millionen Euro akzeptiert, über den Rest würde verhandelt. Daher habe man sich entschieden, den Fehlbetrag durch den Überschuss noch einmal abzudecken. Mit diesem Nachtragshaushalt werden keine neuen beziehungsweise zusätzlichen Ausgaben finanziert. Der Haushalt sieht auch eine Verschuldung vor, unter anderem zur Schaffung einer Fakultät für Ingenieurwesen. Die Südtiroler Freiheit erinnerte daran, dass der Staat die Abkommen nicht eingehalten hat und forderte rasche Hilfe für die Bevölkerung. Die Freiheitlichen haben aufgerufen, die Gesellschaft nicht zu spalten und nicht nur auf die Impfstrategie zu setzen, sondern die allgemeinen Hygieneregeln weiter zu forcieren. Fratelli d'Italia sei zwar fürs Impfen, aber gegen eine Impfpflicht und den sogenannten Green Pass, der die Wettbewerbsfähigkeit des Landes einschränke. Die Einführung des Bonus für Lehrer sei hingegen längst fällig gewesen und schon lange gefordert worden. Incian hat die Impfstrategie und den Green Pass kritisiert, wer sich nicht impfen will, darf nicht diskriminiert werden. Die Fraktion der Demokratischen Partei Bürgerlisten forderte ausreichende Mittel für die Gemeinden und Informationen zum Recovery Fund. Aus den Reihen der SVP wurde der Nachtragshaushalt verteidigt und Mittel für den Tourismus und neue Investitionen gefordert. Mit den Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt wurden unter anderem das Landesregister für Künstler und Künstlerinnen geschaffen, den Skilehrern Unterstützung zugesagt, Onlineversammlungen und Abstimmungen an Schulen und auf Verwaltungsebene geregelt und ein Spesenersatz für Informatikgeräte für das Schulpersonal eingeführt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.